Ah, ich wollte eigentlich parieren, aber oh mein Gott, guckt euch den Schaden an! Ohohoho, du dumme Sau, versteck dich nicht! One for you, one for me, au! Wenn man sich zu sicher ist, meine lieben Freunde, wenn man sich zu sicher ist. Hey Leute, was geht bei euch? Willkommen zurück zu einer Runde Dark Souls 2 PvP! So sieht das aus. Ich bin wieder euer Crazy Memphis. Unterwegs sind wir jetzt mit Leonidas. Hello! So, here we go. Müssen wir den Lausebengel noch finden, ne? Ich denke mal, der ist wahrscheinlich Richtung ersten Leuchtfeuer, oder? Na, er macht nix. Wir gehen jetzt nochmal schnell gucken. Razi-fazi. Dann überrascht er mich gleich so. What the? Die stehen auch noch auf normaler Stelle. Goddamn! Sowas hasse ich. Sucherei, ne? Die stehen auch noch normal. What? Der ist ja bestimmt Chameleon. 100 pro. Du dumme Sau, versteck dich nicht! Leute, ihr habt den wahrscheinlich schon gesehen, ne? So, ey, Crazy Memphis! Wenn ich dir jetzt eine scheuern könnte, würde ich es tun. Da steht er noch. Ich hasse ihn. Oh, ich weiß, wo er sein könnte. Bei Gaffelan natürlich. Logisch. Logisch! Riley! Werden Sau! Yo, hau die nieder! Hey, Buddy! Haha! Ich hab dich gefunden! Hey, Buddy! Ich bin freundlich. Komm, wir gehen rauskämpfen. Komm, hab! So, let's do this. Du wirst mich wahrscheinlich nicht aufbuffen lassen. So, here we go. Komm. Ich hab lange genug gesucht. Ich hab nicht mehr viel Zeit wahrscheinlich. Ah! Vor allem ist mit dicken Havel-Schild. Der brennt doch. Ah, ich wollte eigentlich Guard Break, aber jetzt funktioniert mein Controller wieder nicht. Guard Break. Motherfucker. Here we go. Let's have some fun. Oh yeah! Woo! Au! Woo! Ja! Woo! Endlich! Nach der Sucherei. Here we go. GG. GG. Wow. Warum bin ich da nicht vorher drauf gekommen, Leute? Gaffler, natürlich. Ah. So, wir haben jetzt mal einen kleinen Standortwechsel gemacht. Äh, einfach mal so. Just for fun! Und ja. Wir sind am Heides-Flammturm. Hey, Buddy! Hallo! Oh Gott, er wird mich, glaube ich, vernichten, ey. Ich hab jetzt gerade ein bisschen ein schlechtes Gefühl. Aber mal gucken, was wir draus zaubern können. Ah, okay. Was hat er denn für eine Rüstung an? Ist das die, äh, die, 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 äh... Na, wie heißen die? Leute, sagt's doch! Sagt mir doch, wie sie heißt. No! Ah. Ich hab's vergessen. Ist das die... Oh, er springt schon wieder los! Ich hab einmal B gedrückt. Holy shit! Fuck off! Ah, ich wollte eigentlich parieren, aber... Oh, mein Gott! Guckt euch den Schaden an! Oh, ho, ho! Oh, mein Goodness! Was ist das? Er hat doch nicht den normalen Zauber drauf, oder? Oder ist er so... Oh, mein Goodness! Da muss ich echt vorsichtig spielen jetzt, ey. Woo! No! Ah, das war ein Fehler! Good game, my friend. Good game. Auf jeden Fall, good game. Von jetzt Doppelhandy so zu spielen, echt gut. Uh! Komm! Oh, ich hab zu spät gedrückt! Zu spät! Zu spät! GG! So, jetzt sagt mir doch mal, wie die Rüstung heißt von dem. God damn, ich weiß es nicht mehr. Mir lag's auf der Zunge, aber irgendwie... Wartet mal. Nee. Okay, meine lieben Freunde. Wieder ein Standortwechsel. Wir sind bei den Dienstbotenquartieren. Mal schauen, was der Lump hier so drauf hat. Hallo? Bist du hier? Hallo? Äh. Wait a minute. Jetzt muss ich erst mal selbst gucken. Das, 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 das. Oh, hello. Surprise, motherfucker! Ich wusste, wisst ihr warum? Gut, mir ist es nicht sofort aufgefallen, aber dann hab ich's gesehen. Und, äh, ich hab's nämlich gestern selber so probiert. Cool. Cool, cool. Ah, oh, okay. Warum lauf ich da denn rein? Ja, mein Depperts. Alrighty. One for you. One for me. Au! Hey, hopp. Da tut er weh, wa? Da tut er weh, mein Freund. Uh. Kriegst erst mal ein Messer ab. Komm, du bist zu langsam mit deinem Schwinger, Dinger. Oh! Good game. Good game. Good game. Ah. Okay, wir sehen uns am nächsten Standort. Jawohl. Willkommen im Schattenwald. Oh, und wir kämpfen gegen Spook. Na, das passt ja auch zum Namen von Schattenwald, oder? Spooky! Ah, alrighty. Ist er denn hier irgendwo? Oh, halt. Ich wollte das eigentlich so machen. Ja, so eigentlich nicht. Vielen Dank. Haha. Oh, er ist da hinten. Okay. Ah. Wait a minute. Ist er hier drin, oder ist er da unten irgendwo? Ich hab doch so ein Energiewald gesehen, Leute. Na, mei, spinn ich denn? Man hat mir nur einen Stolz. Fahr drauf, weiß nicht, ja. Welche Wase hier? Also, der könnte jetzt jede Wase sein. Weil das habe ich mir jetzt alles nicht gemerkt, Leute. Schock auf. Ah, hier ist der Löwe tot. Das heißt, er ist hier in der Nähe. Hier ist eine Axt. Da ist der andere tot. Und er muss hier sein. Wo bist du? Da ist er. Hello. Hahaha. Let's do this, motherfucker. Ich habe dich gefunden. Nimm mein Messer. Oh, oh, okay. Ups. Alrighty. Was? Du springst mich gleich an, oder was? Hau ab. Ich spring hier. Ja. Oh, was? Das war... Das war doch perfekt. Aber da war ein kleiner Leg drin, habt ihr gesehen. Ah, naja. Komm, man, mache nichts. Oh, wie kriegt der seinen Schwinger noch durch? Schwing dein Ding woanders. Ah. Hä? Oh, ich habe doch... What? Okay, GG. 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 Oh, jetzt kommt der mit dem Katana. Oh, oh, Gott. Ich dachte, er macht jetzt den... Dingsangriff. Alright. Oh, oh, oh. Jetzt wird es vielleicht nochmal knapp, meine lieben Freunde. Ah. Aber nicht, wenn ich so scheiße baue. Oh, my God. No. Oh. Entkommen. Woo. Jetzt wird es kritisch. No. Ja. Woohoo. Nice. GG. Das war ein guter Fight. Definitiv. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Das war echt ein guter Fight. Holy shit. Wow. Wow. Oh, oh. Oh, oh. Onkel Wüste. Die Onkel Wüste. Äh. Der ist bestimmt nicht alleine, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Er ist ja jetzt hier schon durchgerannt. Sag mal. Aber bestimmt, ne? Haha. Aber sowas von. Ja, ja. Er läuft zum Bobo-Boss. Oder er stirbt noch vorher. Hm. Schnappt ihn euch, Jungs. Schnappt ihn euch. Yeah. Ja. Hahaha. Thank you. Thank you. GG. GG. Yeah. Yippie. Hahaha. Hier stehen sie alle. Hahaha. Einer geht noch. Einer geht noch rein. Hello. Er guckt nur. Okay. Er sucht erstmal eine Geste wahrscheinlich. Alrighty. Ich hänge hier fest. Ah, er hat aber schon schön aufgeräumt. So kann man wenigstens schon mal gut kämpfen. Was war denn das? Ups. Ah. Kämpft mit der Bandit-Naxe. Das kann gefährlich werden. Sehr gefährlich sogar. Ja, 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 ja. Komm. Soll ich mal ein bisschen ärgern, Leute? So quasi. So. Komm. Hahaha. Ah. Hm. Komm, ärgern. Hahaha. Ah. Oh, jetzt kommt der mit Zauber. Uh. Komm, Speller noch mal. Hm. Und wieder ärgern. Hey. Hahaha. Oh, Blitzy. Du bist Blitzy, das kleine Krokodil. Okay, Leute. Ich probiere jetzt mal vernünftig zu kämpfen. Here we go. Here we go. Irgendwann muss es ja auch mal ein Ende haben, nicht? Uh. Oh, das kam zu spät, der Guard Break. Schade. Oh, der hat gesessen, mein Freund. Gesessen hat er. Oh, der kam wieder zu spät. Haha. Was ist denn hier los? Ah. Okay. Jetzt machen wir noch ein bisschen ein. Uh. Der hat sogar gut gesessen. Oh. 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 Oh, der hat nicht gesessen. No, GG. Oh, der hat nicht gesessen. No, GG. Wenn man sich zu sicher ist, meine lieben Freunde. Wenn man sich zu sicher ist. Oh, my goodness. Wirklich. Good game. Okay. Damit habe ich absolut nicht gerechnet. Wow. Hey, Leute. Ich hoffe, der Clip hat euch wieder ein wenig gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne noch mal ein Like. Da lassen wir auf jeden Fall sehr cool von euch. Lasst auf jeden Fall noch ein bisschen Craziness in den Kommentaren da. Sagt mal ein bisschen, was ihr von dem Video gehalten habt. Wie ihr das Video findet. Und ja, wir hören uns zum nächsten Video. Peace out. Peace out. Peace out.